Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, kennst du diesen Moment beim Sport, wenn man mit Glückshormonen überschüttet wird und stundenlang nur lächeln könnte? Hä? Ich auch nicht. Die Strickleiter zum Glück hängt garantiert nicht am Fenster von einem Fitnessstudio. Was ist denn für dich Glück? Der Friseur von meiner Frau hat hier die Haare falsch gefärbt, jetzt sind sie lila. Oh no, was ist denn daran Glück? Sie ist es nicht, die sich jetzt auf die Suche nach einem neuen Partner machen muss. Einmal die Vier- und die Glücksrevue. Momentchen mal bitte. Stefan, mein Glücksmoment war ja heute Morgen auf dem Klo, als ich ein vierblättriges Kloblatt gefunden habe. Also laut Glücksatlas Deutschland machen hierzulande zwei Kinder glücklicher als eins oder drei. Oh, dann haben meine Mama und mein Papa alles richtig gemacht. Und du ja dann auch. Ich hab doch gar keine Kinder. Aber deine Preise sind nicht von schlechten Eltern. Mach 8.327 Euro, sammeln sie Glückslospunkte, haben sie eine Glücksspirale-Card oder sind sie im Claudia-Päckstein-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Er reicht bei dir. Anke's Tanke täglich in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH.